Meine Damen und Herren, wir machen weiter mit einer Band, die es tatsächlich seit mehr als 30 Jahren gibt. Doppelmoppel. Die höchst ungewöhnliche Besetzung, zwei Posaunen, zwei Gitarren. Wer widerspricht mir da? Also ich zumindest. Ich spiele weder Posaunen. Gut, dann bringe ich jetzt den Regieplan durcheinander. Ich rufe jetzt auf die beiden Posaunen und die beiden Gitarren. Hier sind Conny Bauer, Johannes Bauer. Das ist mutig. Das ist Improvisation. Joe Sachse an der E-Gitarre und Uwe Kropinski an der akustischen Gitarre. So eher wild. So, ich muss gut. Sehr gut. Ich rufe jetzt bei uns. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.